Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche-Zock-Kanal zur weiteren Folge EA Sports FC, hier mit Atletico Madrid. Und es ist tatsächlich, es ging echt schnell, muss ich sagen. Also ich muss wirklich sagen, es ging sehr, sehr schnell. Nein, nicht Tabelle, Mann. So, ich wollte hier auf den Kalender gehen. Es geht echt schnell. Wir sind nämlich hier beim letzten Spiel vor der Winterpause. Dann gibt es hier eine ganz kleine Winterpause und dann sind wir schon im Januar. Normalerweise müsste man die Analyse eigentlich nach dem Spiel gegen Celta Vigo machen. Ich werde aber das mal heute machen. Wir nutzen jetzt einfach schon die Pause und den Cut, damit ich es nicht direkt nach 19. spielen soll. Wir werden dann schon eine kleine Analyse machen. Ihr kennt das ja von mir, dass man dann einmal so ein bisschen Revue passiert. Wie ist es denn bisher so gelaufen? Denn ich denke, da gibt es noch ein bisschen was im Verbesserungspotenzial. Aber gut, wir sind jetzt auch wieder am 19. haben wir wieder Akademiespieler. Müssten wir eigentlich haben, oder? Ach, Mann. Gucken wir mal kurz. Jugend Scouts. Ich finde es nach wie vor dämlich, dass wir echt keine Updates kriegen. Aber gut, wir sind direkt am 19. hier. Aber das sind alles keine neuen Spieler, oder? Nee, dann warten wir gleich bis nach dem Duell gegen hier Mallorca. Dann gehen wir erstmal ins Duell rein. Gucken dann, wer hier neu dazugekommen ist. Vertrag von Moldovan läuft in Kürze aus. Ja. Das ist okay. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welchen jungen Keeper könntet ihr euch vorstellen als Ersatz für David Raya. Aber es soll ein jüngerer Keeper sein. Wenn ihr irgendwie einen spanischen jungen Keeper hättet, wäre es richtig nice. Und es soll halt jemand sein, den ich ab und zu auch mal einsetzen kann, wenn dann eben entsprechend David Raya hier auch mal, sag ich mal, Pause braucht. Oder wenn man einfach allgemein mal rotieren will. Also es soll so ein Torhüter sein, wo ich sag, ja, der soll so seine 5-10 Liga-Einsätze kriegen und vielleicht hier und da auch mal in der Champions League ran. Also dann will ich ein bisschen rotierend agieren und eben auch auf der Torhüter-Position so ein bisschen wechseln. Aber gut, gehen wir jetzt erstmal rein gegen Mallorca. Ich hoffe, wir können das letzte Spiel hier vor der kleinen Winterpause erfolgreich gestalten. Wir spielen auf jeden Fall gegen ein Team, das zuletzt 2 Siege geholt hat, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden in den letzten 5 Spielen. Hier mit der Aufstellung von Mallorca mit Soria im Tor 4er-Kette dann. Lato, Copete, Valiente und Maffeo. 3er-Mittfeld mit McKennie, Costa und Dada. Vorne dann auf links Asano, rechts Brooks und Emega ganz vorne. Sorry, das Ganze im 4-3-3-System hier. Gerade das Mittelfeld sehr interessant mit McKennie und Dada. Auf jeden Fall, David Reier bei uns im Tor. 3er-Kette mit Diomante, Konate und Romero. Fünfer-Mittfeld mit Riquelme, Neves, Paqueta, Subimendi und Lorente. Ganz vorne dann euer Sabal und Amouz im 3-5-2-System bei den Gästen hier bei Atletico Madrid. Riquelme, oh, V-Spiel. Aber Riquelme lässt sich nicht unterkriegen. Zieht da noch ab, aber der Ball geht rüber. Trotzdem gute Aktion von Riquelme. Wurde gefoult, wollte aber nicht sich fallen lassen, sondern weiterspielen. Leider war dann der Abschluss sehr, sehr verunglückt. Geht noch nicht einmal aufs Tor. Jetzt hier die Möglichkeit. Diomante, rauscht da voll rein. Macht das Stahn. Ups, nein. Oh, doch, kommt er ran. David Reier. Und wie kann man den nicht reinmachen? Weston McKennie. Wie kann man den nicht reinmachen? Der sollte sich nicht beschweren wegen der Game-Karte. Was hast du gerade für eine Chance vergeben, Junge? What? Ich will das mir nochmal angucken. Scheiße, Highlight-Dings. Ich muss sagen, Highlight-Dings. Auf Tele, komm. Gucken wir uns das nochmal an. Gibt euch... What the hell? Wie geht das? Zack. Und McKennie vergibt den einfach. Jürgen, wie kann man den vergeben? Wie kann man... Jo, einfach unterm Dings. Guckt euch das mal an. Weston McKennie vergibt den einfach. Ist komplett frei vorm Tor. Und macht ihn daneben. Dada jetzt hier, na? Das könnte gefährlich werden. Aber David Reier hat den. David Reier hat den. Was mir nur nicht gefällt bei David Reier, bin ich ganz ehrlich. Der hält mir zu wenig Bälle auch mal fest. Gefühlt lässt er jeden Ball abprallen. Ich meine, er hält gut. Das soll gar nicht die Kritik sein. Er ist ein guter Keeper. Aber der hat irgendwie eine zu geringe Fangsicherheit manchmal. Neves. Spielt den ab. Riquelme. Euer Sabal. Euer Sabal. Super auf Riquelme. Und Riquelme schiebt den rein. Ein guter, ruhiger, strukturierter Aufbau. Also bringt Atletico Madrid hier zum 1-0 gegen Mallorca. Es ist so verdammt wichtig, dass wir nicht mehr so viele Punkte liegen lassen. Nicht um den Kampf um die Meisterschaft. Der ist abgehakt, sage ich euch ehrlich. Aber es geht natürlich darum, erstmal die Top 4 zu wahren. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Ganz im Gegenteil. Und wir haben halt hier und da echt einiges liegen lassen. Dementsprechend müssen wir erstmal wieder konstant punkten. Und Rodrigo Riquelme hier mit dem Treffer, die Nummer 17. Gefällt mir in den letzten Wochen ganz gut. Ist immer wieder über die linke Seite da sehr gefährlich, Riquelme. Und Mallorca, die wollen natürlich am besten früh antworten. Können sie, das ist die Frage. Weston McKennie, der hatte ja die Riesenchanze. Aber Mallorca, ja, die kommen jetzt zur Schussmöglichkeit. Und das ist Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. Mallorca kann vielleicht früh antworten. Konate. In der zweiten Halbzeit war Mallorca bisher nicht wirklich da. Und jetzt halt durch das Handspiel mit der riesigen Chance. E-Mega. E-Mega macht ihn rein. 1-1. Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Aber sowas kann halt passieren. Mallorca aus dem Nichts wieder zurück. Da freut sich auf jeden Fall auch der Mallorca-Trainer. Und wir müssen jetzt erstmal mit dem Rückstand klar, äh, mit dem Unentschieden klarkommen. Und möglichst wieder in Führung gehen. Raya hat die richtige Ecke angedeutet. Dachte sich aber, komm, ich springe in die andere. Und E-Mega denkt sich so, ja, genau da mache ich den rein. Naja. Oh, der passt ist super. Das war ein super Pass, der Schuss. Und den hat David Raya. Gut weggefaustet hier von David Raya. Jetzt hier vielleicht die Möglichkeit. Der passt ist super. Der Pass war super. Und David Raya hält den vor, E-Mega. Der kriegt den da tatsächlich nochmal gehalten. Stark gemacht von David Raya. Euer Sabal. Spielt den da erstmal nicht so, Riquelme, den Lauf. Jetzt hier Gallagher. Nein, der will ihn durchspielen. Das klappt nicht. Und jetzt hat hier vielleicht bei Jokka sogar die Konterschanze. Mit Dada. Sergi Dada. Pavlovich ist dran. Na, kriegt der sogar noch weggespielt. Wir versuchen aggressiv ranzugehen. Sehr gut. Und jetzt hier. Pavlovich. Pavlovich lässt sich nicht aufhalten. Pavlovich jetzt hier. Spielt den weiter ab. Die Flanke ist gut. Die Flanke ist super. Oh, yes. What the hell? Euer Sabal. Was ist das für ein Pass? Ja, geht nochmal nachträglich gelb. Das ist egal. Beziehungsweise von Euer Sabal nicht passt natürlich Abschluss. Ganz schwacher Abschluss von Euer Sabal. Das war hier nochmal die Chance. Haben wir jetzt eventuell die Chance. Hans Spiel. Für Mallorca auch noch. Super. Also das sieht nicht gut aus. Die Zeit rennt uns so ein bisschen davon. Wir müssen den rauskriegen, den Ball. Und jetzt hier Fernandes. Du bist frisch. Euer Sabal. Los. Euer Sabal macht das gut. Und Fernandes läuft jetzt ebenfalls. Fernandes. Da geht noch jemand mit. Ja, sehr schön. Riquelme. Riquelme jetzt hier. Nein, Riquelme verliert den Ball. Das gibt es nicht. Das war vielleicht nochmal ein guter Angriff hier. So wird das aber nichts. Und jetzt hier vielleicht sogar nochmal Mallorca oder was? Jetzt wird es sogar nochmal richtig gefährlich, weil Mallorca die große Chance hat. Konate. Wir wollen jetzt ein gutes Tackling am besten. Ja, wobei hier kann er nicht tacklen. Und er kriegt den mit seinem Fuß nochmal dazwischen. Oh, der war scheiße. Oh mein Gott. Asano macht den nicht. Ei, 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 ei. Also Mallorca hatte mit McKinney und jetzt gerade Asano 210%ige, die sie einfach beide daneben hauen. Das darf nicht wahr sein. Also die Mallorca Fans, die denken sich auch gerade, ey, shit, das geht nicht. Er hat viel, viel höheren XG-Wert aufgrund dieser fetten Chancen. Aber nutzen es nicht. Und wir patzen schon wieder. Dann bewerten wir mal gleich diese Hinrunde. Wir gehen einen Ticken vor natürlich. So, dass dann auch jeder entsprechende Spiele absolviert hat. Dann bewerten wir einmal die Hinrunde. Gehen wir in die Analyse der Hinrunde. Erstmal als Team. Gut, in der Copa haben wir bisher noch nicht gespielt. In der Liga. Platz 4. Der Platz ist das eine. Der Abstand ist das große Problem. Offensiv spielen wir nicht schlecht. 30 Tore ist die drittbeste. Ne, stimmt gar nicht. Fünf beste Offensive, wenn ich das jetzt nicht überfliege. Real Madrid, Barca haben eine bessere Offensive. Okay, geben wir den beiden Sociedad Girona. Da sind wir aber auch nur zwei Tore von weg. Mallorca hat auch 30 Tore. Aber ich sag mal so, unsere Offensive ist vollkommen im Soll. Die Defensive eigentlich mit 18 Gegentornen ist auch gar nicht so übel. Wir haben mit die beste Defensive eigentlich auch. Der Liga. Wobei man schon sagen muss, hier und da lassen wir ein bisschen zu viel zu. Aber das eine sind Tore, Gegentore. Das Problem sind die Ergebnisse. Wir haben fünf Niederlagen. Bilbao hat nur zwei. Barcelona. Gut, das ist jetzt ein Sonderfall. Aber die haben null Niederlagen. Und das ist eben das Problem. Der Abstand zum ersten ist immens groß. 13 Punkte auf den ersten. Jetzt kannst du sagen, Barcelona spielt eine legendäre Saison. Ist vielleicht was anderes. Ja, okay. Real Madrid spielt ziemlich scheiße in diesem Jahr. Und trotzdem sind wir hinter Real Madrid. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn dann der Zweitplatzierte Bilbao eine gute Season spielt. Wo wir auch schon fünf Punkte weit weg sind. Und Real Betis, der fünfplatzierte, der uns eventuell aus der Champions League kicken könnte, Punkt gleich mit uns ist. Insgesamt muss man ganz klar sagen, das ist zu wenig. Punkt. Mit Atletico Madrid haben wir andere Amtssprüche als mit Bologna. Das ist definitiv eine 4-. Ich bin so hart und sage, wir wollten Meister werden. Das werden wir auf gar keinen Fall erreichen. Wir sind komplett weg davon. Wir müssen sogar um die Champions League bangen. Das hier ist eine 4- bis 4- in der La Liga. In der Champions League. Hier muss man sagen, haben wir erst sechs Spiele. Noch nicht alle acht. Da hat man erst nicht gut performt. Ist aber zurückgekommen. Hat drei Siege jetzt geholt am Stück. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, es ist super befriedigend. Aber wir sind sehr, sehr nah dran, dass wir die K.O.-Runde, sage ich mal, überspringen können. Dementsprechend würde ich sagen, ist es eine solide 3- bis 3+. Vielleicht sogar 3+, weil wir wirklich sehr, sehr nah dran sind, an der K.O.-Phase da rüber zu kommen. Deswegen sage ich mal 3+, gerade auch, weil man die Wende bekommen hat. Hier kann man halt daraus noch eine 2 machen. Einfach solide weiterkommen. Es kann aber auch natürlich in die andere Richtung gehen, dass man am Ende in die Zwischen-K.O.-Phase muss. Und dann ist es wahrscheinlich eher eine schlechtere Note. Deswegen hier würde ich sagen, ist es insgesamt okay. Da sind wir zum Sportlichen. Insgesamt würde ich dann der kompletten Hinrunde in der glatte 4 geben. Muss man hart bleiben. Und jetzt gucken wir uns die Einzelspieler an. Gut, Lea Ali können wir nicht bewerten, er hat halt kein Spiel gemacht. Genauso, Maldovan, die sind halt nur Backups der Backups. David Raja. Zehnmal nur zu 0 gespielt. Guter Keeper. Macht seinen Job gut. Man kann ihn jetzt nicht groß kritisieren. Ja, hier und da Unsicherheiten drin. Und das, was mich am meisten bei ihm stört. Und das, obwohl er eine 83 hat in Fangsicherheit, ist aber tatsächlich, dass seine Fangsicherheit mir manchmal echt zu unsicher wirkt. Also der hat sehr viele Situationen, wo ich mir denke, halt den Ball doch fest. Und er lässt ihn abprallen und sonst was. Also da muss er echt besser werden. Ich würde sagen, insgesamt solide bis gute Hinrunde. Aber da geht noch mehr. Christian Romero an sich stark. Er ist mit der unauffälligste, aber dafür auch konstanteste Verteidiger da hinten. Ja, auch grundsolide Hinrunde. Konaté. Teilweise zu weit offen. Muss man ganz ehrlich sagen. Manchmal lässt er zu viel zu. Im Zentrum ist mir zu oft eine Lücke. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Spielerisch ist er super. Aber defensiv geht noch mehr. Ja, Debust in seinen paar Einsätzen hat er einen guten Eindruck gemacht. Genauso Romero. Also als Backups machen sie es gut. Gila hat jetzt vier Einsätze. Kann man nicht groß bewerten. Diamon D. Der vielleicht zweikampfstärkste sogar in der Hinrunde gewesen. Er hat auf jeden Fall die größten Highs gehabt, was die Leistung anging. Ist aber auch manchmal zu offen. Muss man sagen. Also hier wünsche ich mir auch nochmal mehr Konstanz vom 23-Jährigen. Nevesch insgesamt, denke ich, eine gute Hinrunde gemacht. Strukturiert das Spiel gut. Also hat mir gefallen in der Hinrunde. Gallagher hatte seine Spiele, wo er auffällig war, wo er gearbeitet hat. Aber auch schon seine Spiele, da hat er mir gar nicht gefallen. Das geht so. War eher so, da geht mehr bei Gallagher. Subi Mandy aus der Tiefe machte das solide. Aber ich hätte mir noch mehr von ihm auch versprochen. Bin ich ehrlich. Ich hätte mir noch mehr Kontrolle von ihm versprochen. Das kam leider nicht ganz. Da hoffe ich auch nochmal auf eine Steigerung. Vermehren ist momentan ein klarer Backup der Backups. Der macht das entsprechend so, dass man da sagen muss, ja, ist okay gewesen, wenn er reinkam. Pavlovic dagegen hatte echt einige Auftritte, die mir sehr gefallen hatten. Und da haben die auch seinen Traumschuss gehabt. Also der hat für seine Rolle, die er hat mit seinen 22 Jahren, eine gute Hinrunde gespielt. Rick Helme. Ja. Richtig gut zuletzt. In den letzten Wochen richtig gut. Am Anfang war er so ein bisschen unauffälliger. Dann aber richtig gut geworden langsam. Ist auch einer der Spieler, die mir mit am meisten gefallen. Er hat jetzt hier drei Tore, sieben Vorlagen. Auch der beste Score-Up bisher, den wir gesehen haben. Eine gute Hinrunde. Luis Henrique fand ich, hat es auch nicht so schlecht gemacht. Hat er, denke ich, auch immer viel, viel Wirbel besorgt. Auch hier Grundsolide in seinen Paar Einsätzen. Paketa. Absolut genialer Spieler. Spielt sich richtig geil. Erinnert mich an Remy Kabea bei FIFA. Ich glaube, 18 war es oder 17. Da war Remy Kabea auch so Zucker zu spielen. Und Paketa, der spielt sich auch super geil. Wirklich super, super geil. Muss ich sagen. Und ja, vier Score-Up. Das ist vielleicht das kleine Problem daran. Er spielt sich zauberhaft. Er macht wunderbare Aktionen. Er bringt uns allen Freude. Vielleicht bringt er uns aber zu wenig Output, was wirklich Tore und Assist angeht. Und das muss besser werden. Nico Williams. Hm, schwer. Ja, zehn Scorer. Ja. Seine Momente gehabt. Aber war das jetzt konstant gut? Nein. Es waren einzelne Spiele, die gut waren. Und das ist ein Problem. Da muss er deutlich besser werden. Weil ich verspreche mir von der Nico Williams mehr, als das Spielerische, was er gezeigt hat. Scorer sehen ja okay aus. Aber ich brauche mehr Impact von Nico Williams. Stroikens wurde ein paar Mal eingesetzt, hat das Grund zur League gemacht. Borente macht seinen Job gut da. Auf der rechten Seite er ackert. Der macht. Der verteilt die Bälle. Der arbeitet in den Zweikämpfen. Hat drei Tore, drei Vorlagen. Spielt eine gute Season bisher. Buendia. Ja. Nicht den großen Input bisher gebracht von der Bank. Da geht mehr. Euer Sabal. Sechs Tore, drei Assists. Neun Scorer. Gut. Auch er wieder einzelne Spiele, aber immer auch wieder Spiele. Da geht er komplett unter. Spielerisch aber trotzdem immer eigentlich eine Bereicherung. Deswegen auch Grundsolide. Alvarez war unser bester Mann offensiv. Zehn Tore, zwei Vorlagen. An jedem Angriff super gut beteiligt. Richtig stark. Dem vermissen wir auch wirklich. Ja, Alvarez war top, aber leider. Ja, dementsprechend hier auch. Verletzt und damit nur 13 Spiele gemacht. Martin kann man nicht bewerten. Der macht halt kaum Spiele. Mamouche. Keine gute Hinrunde bisher. Ein Tor, drei Vorlagen. Spielerisch geht auch nochmal mehr. Ne, keine gute Hinrunde. Und Fernandes ist halt jung. Der entwickelt sich halt weiter und weiter. Drei Tore, eine Vorlage. Ja, ihnen werfe ich es noch nicht mal vor, dass er den großen Impact hat. Aber auch er war jetzt nicht so stark, wie ich es vielleicht auch oft hatte. Jetzt muss ich natürlich wieder meine drei Spieler der Hinrunde küren. Ähm, mein Spieler der Hinrunde ist tatsächlich. Boah, Lorente? Ich denke, er war der konstanteste, beste Spieler insgesamt. Lorente ist mein Spieler der Hinrunde auf Nummer eins. Die zwei würde ich tatsächlich jetzt Riquelbe geben, weil er mir echt gerade in den letzten Wochen immer und immer mehr gefallen hat. Riquelme auf der zwei. Und Christian Romero tatsächlich, auch wenn er unauffällig ist und wahrscheinlich den Highlights nahezu nie vorkommen. Christian Romero auf der drei. Noch knapp vor David Rayer. Schreibt mir gerne eure Top drei in die Kommentare. Und das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen. Denn, ich muss wohl sagen, ich muss bei meiner Taktik Kleinigkeiten ändern. Also es soll grundsätzlich so bleiben, aber wir werden Kleinigkeiten ändern. Denn, wir haben mehrere Probleme. Der mitspielende Verteidiger beispielsweise. Der ist nicht schlecht, aber ich will nicht mehr, dass er mit nach vorne stürmt, sondern er soll verteidigender agieren. Also nochmal ein bisschen defensiver. Er soll das spielerische Element sein, aber beim Verteidigungssperrpunkt rückt der verteidigende Mitspiel-Verteidigungsprofi ein wenig nach vorne, um die Nebenleute im Ballbesitz zu unterstützen. Und hier war er mehr so eine defensive Mittelfeldrolle. Und das reduziere ich ein bisschen. Somit gerade gegen Teams wie Real Madrid, die schnelle Spieler hatten, nicht mehr diese Lücke im Zentrum haben. Das war einfach ein bisschen zu viel. Dementsprechend bleibt er jetzt so. Dann ist er nämlich mit Ball jetzt nicht mehr ganz so weit vorne. Dazu, Subi Mendy. Er hier hat Innenverteidiger-Profi. Das werden wir ebenfalls ändern. Und zwar haben wir jetzt hier den tiefstehenden Motor mit Neves. Bei Subi Mendy können wir natürlich hier Folgendes machen. Bewegungsfreiheit. Dieser defensiv orientierte Mittelfeldspieler spielt im modernen Fußball eine wichtige Rolle. Der Profi sichert beim eigenen Abwehr ab und bietet Absicherung gegen Konter, leistet aber nur begrenzte offensive Unterstützung. Beim Bewegungsfreiheitsschweren deckt der Absicht im Mittelfeldspieler die ganze Mittelfeldbreite ab, stellt Passwege zu und rückt vor, um Druck auf die Offensivspieler zu auszuüben. Und genau das werden wir machen. Somit man eben hier Subi Mendy auch nicht mehr ganz so krass in der Defensive hat, sondern wirklich jetzt mit einer Dreierkette verteilt, aber Subi Mendy als absichernden Mann. Das ist nicht die einzige Änderung, denn Flügelmotor... Wobei, die Außen waren eigentlich gut, doch. Das lasse ich erstmal so. Das... Naja, ich dachte, vielleicht ändere ich an dem Flügelwasser, aber ich will erstmal im Zentrum ändern. Das heißt, wir haben jetzt absichernden Mann. Jetzt ist natürlich das Ding, kann jeder das spielen? Muss man mal gucken. Wer kann das jetzt spielen, ist die Frage. Subi Mendy, Absicherung hat er nicht. Obwohl er bei Arbeiten fortsitzen. Neves kann das nämlich spielen. Subi Mendy kann tiefstehendem Motor spielen. Ich muss aber auch hier sagen, ein Mann hat mir ja sehr gut gefallen und das ist er hier. Er kann jetzt Absicherung noch nicht spielen. Aber ich traue ihm das zu. Wir gucken mal kurz. Wir gehen mal kurz rein hier. Am Ende des Tages soll es ja auch nicht die Gesamtstärke entscheiden, sondern der, der mir mehr gefällt. Und wir gucken mal, dass wir hier bei Pavlovich ihn auf Absicherung trainieren. Da müssen wir da jetzt natürlich ein bisschen was ändern. Ja, er braucht nur zwei Wochen, perfekt. Dann haben wir Neves, der hat den tiefstehenden Motor. Das passt. Dann Gallagher. Der soll auch absichern. 15 Wochen, das kriegt er hin. Subi Mendy, du bist dann auch tiefstehender Motor. So, vermehren tiefstehender Motor. Dann haben wir Pavlovich und eben Gallagher als Absichernden. Und die anderen als tiefstehenden Motor. Ansonsten ändert sich ja auch hier jetzt mit mitspielendem Verteidiger und Co. nicht ganz so viel. Das können sie alle weiterhin so lernen, wie es bisher ist. Aber es gibt halt eben kleine Änderungen, die ich hier eben vornehmen will. So, Taktik, ne. Dann sind wir entsprechend, ne, gehen wir hier nochmal rein, Taktik bearbeiten. Dann sind wir eben mit Ball jetzt so orientiert, also ein bisschen anders. Wobei ich auch hier nochmal sagen muss, eine Änderung muss man vielleicht auch nochmal vornehmen. Wobei, das will ich eigentlich noch nicht machen. Und zwar, dass ich sage, dass die beiden nicht fallende Neuner sind. Weil wenn Alvarez wieder backkommt, dann haben wir da wieder mehr Stärke. Wie lange fällt ein Alvarez noch aus? Gucken wir mal kurz, wie lange fällt ein Alvarez noch aus? Alvarez fällt noch, äh, wie lange? Zehn Tage, okay. Okay, der ist bald wieder back, sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich in der Akademie ein paar neue Spieler? Eigentlich müssten, ach, nicht Jugendmannschaft, ich, ich finde sie noch, ich weiß ich nicht. Gehen wir hier jetzt einmal rein. Nein! Verdammte Scheiße, Jugendscouts. Okay, wir haben immer noch keine neuen. Gehen vielleicht erst zum neuen Monat oder was. Gehen wir ein bisschen vor. Wir haben jetzt gleich die Wintertransferphase. So, 1. Januar. Also, Büro. Bisschen der Akademie. Gucken wir jetzt mal. Jugendscouts. Ne, okay. Ja, dann keine Ahnung. Gucken wir dann mal, wann wir neue kriegen. Auf jeden Fall war das die Analyse zur Hinrunde. Ich bin auch mal gespannt, was ihr so sagt. In der nächsten Folge geht's dann los gegen Las Palmas in der Copa. Na ja, nach der kleinen Winterpause, dann Celta Vigo, Alaves. Ehe dann die letzten Champions League Spiele kommen und dann noch zum Ende des Monats Real Madrid nochmal ansteht. Mal gucken, wie es so wird. Euer Veloz schmerzt sich fürs Erste ab. Und bye, bye.